Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar war ich ja noch nie auf dem Schio Aachen. Wir sind heute hier und nehmen euch den ganzen Tag über ein bisschen mit. Wir sind jetzt schon lost. Ja. Wir waren ja noch nie hier und wir haben keine Ahnung, wo was ist. Es ist halt schlimm. Ich weiß halt nicht, wo wir hingehen müssen. Ich habe schon gesehen, da hinten ist, glaube ich, dieses Deutsche Bankstadion. Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal durch oder wir gehen halt ins Stadion. Da ist nämlich gerade Gelände springen. Okay. Das würde ich auch gerne sehen. Ja, du bist heute Boss. Du darfst entscheiden, wo wir hingehen. Wow. Einen Tag bestimmt heller alles. Okay, los geht's. Ich bin halt wirklich lost. Ich sag's euch. Wir sollten uns eigentlich mal so eine Karte besorgen vielleicht. Ja, ich glaube auch. Dann lass uns nochmal zum Anfang gehen und dort eine Karte besorgen, oder? Ja. Kann ich mir so eine Karte holen? Super. Okay, wir haben jetzt schon eine Karte. Mal sehen, ob wir uns hier zurechtfinden werden. Mach mal so auf, weil die andere Platz. Ach so. Ich muss ehrlich sagen, die Karte hat uns noch nicht viel weitergeholfen, denn das ist, glaube ich, die Geländestrecke. Aber da willst du doch hin zum Geländetraining, oder? Ja, eigentlich schon, aber man hat hier keine Übersicht vom ganzen Platz. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Schau mal, die haben hier den Walk of Fame für Pferde. Den Hufeisen of Fame? Kennst du irgendjemanden davon? Ja, Totilas. Wer ist das? Totilas? Totilas, ich glaub's auch. Wer ist das denn? Das ist eigentlich das berühmteste Dressurpferd, was es auf der ganzen Welt gibt. Aber er ist leider schon gestorben. Oh nein. Und hier das Shioachen-Symbol. Das wollte ich euch noch zeigen. Schaut euch das an. Dieses Foto hat Tom für mich ausgewählt. Wunderhit. Wer erkennt es? Wer erkennt es? Eigentlich ist da noch ein zweites Wesen drauf, aber das wurde leider nicht mit aus Foto draufgenommen. Und das sieht so schlimm aus. Ich muss das halt verstecken hinter der Tasche oder so. Waaay! Ja, sehr schön. Oh mein Gott, wir sind hier so lost. Wir sind das erste Mal hier. Ich hab hier schon wieder... Oh mein Gott! Tschüss! 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 So cool, einfach ein paar von euch zu treffen. Ich freu mich darüber immer. Richtig dolle! Der gerade hat einmal die neue Führung übernommen. Also wären wir jetzt im Stadion gewesen, da sind die gerade richtig ausgerastet und haben applaudiert. Wir haben ihn gesehen. Guck mal, Hela, da hinten, da gibt's Kutschen. Im Ernst? Ja! Ja! Kutschsachen. Sogar eine Shetty-Kutsche gibt's da. Ich wollte gerade sagen, das ist deine. Die sieht nämlich deiner voll ähnlich, nur dass sie so einen anderen Sitz hat. Für Gollum schon deine mitnehmen. Die Mara schaut jeden Tag. Das Reiten war lustig. Ja? Ja, das ist auch mein Lieblingsvideo. Du brauchst eine neue Peitsche, Hela. Aber die können wir jetzt nicht den ganzen Tag mit rumschleppen. Die musst du woanders kaufen. Wie guckt dir jetzt die älter Peitsche an? Ja, ich mein's halt ernst. Ich möchte gerne eine schwarze haben. Meine ist rot und die passt jetzt nicht mehr zu meiner neuen Peitsche. Oh nein, Hela, die passt nicht. Sandra Auffahrt ist jetzt gerade dran. Wir gehen jetzt ins große Stadion. Sandra Auffahrt! Hier ist die deutsche Landschaft. Sandra Auffahrt. Zuhause für die Trechte. Gott hat das Wasser. Kurz Konzentration. Luft am Haltenraut. Jawohl! Jetzt denke ich auf die Temperatur. Sandra Auffahrt! Ich kenne es aus. Ich kenne es aus. Dieses Feeling gerade im Stadion. Was war das? Richtig heftig. Das war echt heftig. Mega. Schaut mal, wen wir getroffen haben. Hey Horse. Ja, hey Horse. Tatsächlich. Ich hab keinen Namen sonst. Die liebe Lea haben wir getroffen. Richtig cool. Was macht ihr hier? Ja, wir laufen hier einfach so ein bisschen rum. Wir haben eigentlich alle unsere wichtigen Termine schon hinter uns. Und wir sind einfach nur noch hier zum Essen, zum Gucken. Ihr dreht auch ein YouTube-Video, ne? Ja, genau. Also, da müsst ihr mal vorbeischauen. Ja, mega. Eine richtig coole Challenge. Die wollten wir auch drehen. Die haben uns einen Abend gemacht. Ja, natürlich. Die wussten gar nicht, wie was wir drehen wollten. Und jetzt haben wir einfach den Vlog gedreht. Aber morgen machen wir, denke ich, nochmal eine Challenge oder so. Ja, sehr schön. Dann lass uns mal was trinken gehen, Hela. Lea, erzähl mal, wo wir jetzt hingehen werden. Ja, wir gehen jetzt hier in das Springstadion und werden uns das Springen anschauen, tatsächlich. Richtig cool. Mal sehen. Jawoll, super. Letzte Ecke. Atriko-Temichirn. Und das für heute ist der Sieg. Wir sind hier in der Küche. 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 Ich zeig mal an der Gänse. Ich helfe dir. Wo sind wir gehen? Wir gehen jetzt zur Dressur. Ich kann die Beine zu machen. Ich kann die Beine zu machen. Können wir ein Foto zusammen machen? Ja, können wir machen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen bei der Dressur zugeschaut. War auf jeden Fall sehr spannend. Also ich finde, es sieht echt immer total toll aus, wenn ich nur so gut Dressur reiten könnte. Dann wäre ein Träumen frei. Das wäre super. Aber leider ist es nicht der Fall. Und was haben wir jetzt vor? Wir werden jetzt noch ein bisschen beim Springen noch mal zuschauen. Ja. Ganz entspannt. Wir schlendern hier ganz entspannt lang. Ja. Müssen wir noch mal shoppen, wenn wir mal ziehen. Ja. Brauchst du eine kleine Erfrischung? Im Pool? Ja. Der sieht gut aus. 5 Euro, wenn du da rein springst. Nein. Oder ins Privatjet. Oh, da ist ein Instagram Spot. Den müssen wir eigentlich nutzen, um ein Poto zu machen. Den müssen wir nutzen. Da müssen wir ein Poto machen. Die blenden wir euch hier mal an. Das erinnert mich an diese eine Sendung. Mir fällt es nicht ein. Dieser eine Film. Nein. Hä? Dieser Film, wo die an diesen Dingern dran sind. Warte. Mary Poppins. Mary Poppins. Nein. Das ist Mary Poppins? Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen und wir haben richtig Glück mit diesen Dingern. kriegen wir das jetzt hier einfach so und können uns hier am Buffet bedienen. Was ist das? Schweinehackbällchen. Aber ich nehme nur die Soße. Gemüse. Jetzt noch hier Kartoffelpüree. Oh, sogar noch ein Salad hier. Guten Appetit. Guten Appetit. Warum trinkst du aus einer leeren Flasche? Ich dachte, da wäre noch was drin. Hat es denn gemundet? Es war sehr köstlich. Kann nicht mehr. Ich bin bis oben hin voll. Aber ich würde eigentlich gerne noch irgendwas Süßes hinten reindrücken. Da gibt es Kuchen. Ich habe schon einen gegessen. Ich meinte gerne diese Churros. Kennt ihr die? Was? Tom meinte gerade zu mir, was ist diese Churros-Wurst? Nein, heller. Ich habe die ganze Zeit verstanden Chio-Wurst. Achso. Weil es war so laut draußen zwischen den Leuten und... Jetzt habe ich das drin überstanden. Ich meinte Churros. Kennt ihr Churros? Das sind diese Teile. Aber... Wahrscheinlich Chio-Wurst. Ich dachte, es gibt irgendeine Bratwurst von Chio oder so. Ich hätte gerne diese Chio-Wurst. Kannst mal in die Kasse gehen und fragen. Entschuldigung, haben Sie hier Chio-Wurst? Gar nicht mehr wirklich wahr. Was ist der nächste Programmpunkt? Ich würde mir jetzt gerne diese Churros kaufen mit Nutella. Oder ich kaufe mir die erst später, weil ich bin eigentlich echt satt. Du meinst Pancakes oder diese... Nein. Mit Nutella? Kennst du diese Churros nicht? Nein. Die sind so wie Stangen. Wie man in Nutella dippt. So frittierte Dinge. Ja, genau. Ja, okay. Ja. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass vielleicht dieses Kutschrennen oder sowas ist. Ja, das ist jetzt. Das ist ja jetzt in fünf Minuten vorbei. Ja, dann lass da jetzt hin. Oh mein... Oh, heller. Schaffen wir das überhaupt noch? Das schaffen wir nie im Leben. Vielleicht haben die ja Verspätung. Lass da mal hin, okay? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Dann hol jetzt deine Chio-Wurst. Also bis 16 Uhr Marathonstrecke Kutsche. Das haben wir jetzt verpasst. Aber ich glaube, morgen ist vielleicht nochmal. Ja, dann können wir doch jetzt eben die Chio-Würste holen. Dann setzen wir uns ins Stadion, oder? Wo gehst du hin? Ich bin keine Chio. Meintest du doch eben als Nachtisch. Nein. Bist du satt? Ja. Oh nein, Heller, du kriegst weg. Spaß. Das war jetzt hier so schlecht. Was ist der nächste Programmpunkt, den du dir in deinen Notizen aufgeschrieben hast? Chiros. Immer noch. Ach, Churos. Doch nicht Chiros. Wir haben es gefunden. Entschuldigung, kann man hier mit Karte bezahlen? Ich werde heulen. Kann man irgendwo Geld abnehmen? Wissen Sie das? Ja. Jetzt haben wir die Churos gefunden. Immer noch keine Churos für mich. Was war das Problem? Ich glaube, wir nennen das Video auf der Suche nach Churos. Ich kann nicht mehr. Wir haben einfach kein Bargeld und hier wird nur mit Bargeld gekauft. Ja, und jetzt müssen wir erst Geld abheben und dann kann ich mir erst diese Churos kaufen. Aber ich möchte die halt unbedingt haben. Dann müssen wir diesen ganzen Weg bei diesen 30 Grad wieder zurücklaufen. Ich verbringe gefühlt den ganzen Tag genug für Churos. Ja. Wir kriegen Sonnenbrand. Ich kann froh sein, dass du wenigstens das Hemd an hast. Ja, sonst wären meine Arme schon verbrannt. Ich habe schon was gekauft. Endlich. So köstlich. Und mit was? Mit Nutella und Zimtzucker. Die sehen richtig ungesund aus. Heiß und fettig. Genau so habe ich mir vorgestellt. Dann können wir das Video jetzt beenden. Das Ziel des Videos ist erreicht. Geil. Absolute Gönnung. Du hast endlich die Chiyo-Wurst gewonnen. Irgendwie sieht Tom richtig ungesund aus. Du hast eine richtig rote Nase, als hättest du Sonnenbrand. Und dein Eines Auge ist halt auch feuerrot. Wie kommt das? Ich habe Sonnenbrand im Auge. Das ist ja schlimm. Hä? Schau dir doch dein Eines Auge an. Das sieht so rot aus. Und da hinten ist gerade übrigens eine Versteigerung von Pferden. Ich glaube, da müssen wir gleich hin. Ja. Achso, du willst was kaufen? Ich dachte, wir verkaufen Gollum oder Valentin. Ne, Valentin nicht, aber Gollum. Meint ja schon wieder nicht ernst. Mit dem Schweifen musst du wahrscheinlich drauf zahlen. 50.000 ist gerade. 50.000. 60.000. Die gehen nur in 10.000er Schritten. Ohne Witz. Eben von 50.000 auf 60.000. 70.000. 70.000. 70.000. 70.000. Leute, aber ebenso. Zack, zack, zack. Das Pferd möchte ich gerne mal sehen. 110.000. 120.000. 130.000. 130.000. 140.000. Frankreich ist wieder dran. 140.000. 140.000. 140.000. 150.000. Zuck. 100.000. 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 ich bin gespannt und werde mich da jetzt drauf schwingen und ihre die bildschirme und da sieht man die galoppstrecke oder was auch immer ja das würde ich gerne mal machen hier sind so überall sensoren dran und die messen dann wie gut du reitest und ich glaube unter dem sattel auch schneizen bringt nicht so viel muss der rote punkte in der mitte bleiben jetzt wird man hellers sitz analysiert ob du überhaupt einen guten sitz hast wie fühlt sich das an richtig mit wir machen also vier fünf sprünge das erste sind acht galopp sprünge danach ist sechs galopp sprünge das einzige was du machst dass ich mitnehmen was die hand war zuvor geht los Und fühlt sich das wie richtige Springer an? Ja, das Pferd ist richtig cool. Das ist mein bestes Pferd. Es hat so viel Spaß gemacht einfach mit diesem Pferd. Richtig cooler Stand, richtig nice Simulator. Also mega. Ich durfte leider nicht mehr drauf, weil die so getaktet waren von der Zeit her. Ist ja beliebt so ein Pferd, ne? Ja, das gibt es irgendwie nur viermal. Und hat sich angefühlt wie ein echtes Pferd und man ist so richtig gesprungen und so richtig, richtig cool. Und wenn man aufgehört hat zu treiben, ist das auch langsamer geworden, ne? Ja, man musste richtig treiben, Beine richtig ran und die Galoppsprünge richtig mitzählen bis zum Sprung. Also es hat echt Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt einfach mit dem gestrigen Tag weiter. Wir waren jetzt zwei Tage oder sind zwei Tage beim Shio und das wollte ich euch unbedingt noch mit reinschneiden. Und jetzt werden wir schnell zum Shio Cup laufen und wir freuen uns richtig. Die Stimme war schon mega gut. Und wir haben jetzt viel Anomles. Und wir sind dann mal wieder. Unruhe. Einmal noch. Und wir haben verschiedene Falle. Und dann kommen ja auch wieder. Das war es mit diesem Megatag beim Schio in Aachen. Ich bin einfach richtig happy, dass wir hierhin gefahren sind. Das war echt ein riesen Event und vor allen Dingen der letzte Cup hat mir einfach mega gut gefallen. Ja, jetzt müsst ihr zusammen das Ende drehen. Jetzt kommt mit ins Ende. Achso, okay. Es war mega toll euch alle zu treffen. Super. Ich glaube, ich spreche auch im Namen von euch beiden. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.